Wir gehen jetzt hier in den Pferdehaien rein und machen zack, 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 das Brenz ins Kleine. Schlafsack geht bis minus 100 Grad. Locker. Rot plus. Rot minus Schwarz plus. Oh, jetzt seid ihr verwirrt. Weil der Junge ja nicht krankenversichert, ich sag nur. Made in Yugoslavia, sagt man. Deluxe. Shoutout an die Agnes. Hab ich wiederentdeckt. Serbische Patin. Ökonomisch geformter Stil für besonders rückenscholendes Kehren. Das ist guter Content. Hat irgendjemand was zu sagen? Ich brauche hier keinen Schlauch. Weil ich liebe meine Frau. Hä? Ben, beede. Woahhhhh. Wir haben ja schon mal irgend Bis zum nächsten Mal.